Hi Leute, wir sind die Schwestern von Kerstin Credible und ja, wir heißen Mira und ich bin Helin und ja, heute schauen wir uns TikTok-Videos an und wir lieben selber TikTok-Videos, wir machen sogar selbst TikTok-Videos und ich würde sagen, let's go! Okay... Oh Gott! Okay... 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 Ich fand das echt gruselig und ich will dazu schon 10 Punkte geben, dafür das Mädchen hat es echt gut gemacht. Ja... Okay... Ja... Ja, das ist... Ja, das war die gleiche... So... Auch 10 Punkte auf das Gesicht... Ja, 10... Weil das Mädchen hat gut posiziert, also eine gute Position gehabt, sich gut geschminkt und so... Ja, voll schön... Ja, 10 Punkte... Ja... Okay... Ja... Ja... Oh. Ja, gruselig. Okay. Das war jetzt echt gruselig. Ja, also das Anfang war ein bisschen so süß und dann so was anderes so verkleidet und dann so wupp und dann war es halt so gruselig. Ja, echt schön. Wirklich 10 Punkte. Wir kriegen leider das hin. Das nächste. Wow. Wow. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Die Leute, also zuerst dachte ich, okay, sie will nur nachsingen, dachte ich zuerst mal so tanzen, so nachsingen, dachte ich zuerst mal. Ja, dachte ich genau so. Und dann fangt sie an, sich so gruselig zu schminken. Ja, also erstmal so kontaktlich. So weiße Augen und dann eine Birke und dann nochmal so ein ganzes Make-up voller gruselig. Und dann habe ich mich echt erschnappt. Ja. 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 Okay. Ja. 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 ich gar nicht geachtet, wie sie das so machen. Das ist voll cool. Zuerst muss es ganz blass und dann so schwarz mit anfangen und dann nochmal so schwarz. Lippen schwarz. Oha, so alles schwarz. Gut. Zehn Punkte. Wirklich. Oh, bei allen zehn Punkten. Also das fand ich jetzt echt toll. Also ich fand so neun Punkte, finde ich. Also ich geb zehn. Also ich geb neun Punkte, weil irgendwie halb seine Position gefällt mir nicht. Und ich finde, im Mädchen steht das besser. Und darum nein. Das war schön. Ja, ich fand es jetzt nicht schön, außerdem. Ja, halt. Das war nicht so gruselig. Und außerdem, ich fand es eben nicht toll, weil das sie so gespielt hat, weil fast wie man so macht, weil das hat mir, das haben wir auch mal gemacht, sowas. Aber das hat kann schon irgendwie, ich fand das voll langweilig. Ja, ich fand, ich geb acht, weil, also fast jeder hatte Schriftzeichen hier so aus, keine Ahnung, aus welcher Sprache, ähm, dann und sie war nicht so gruselig und das, na, also Mitte, also ich nehm acht. Ja, ich auch. Oh oh. Oh Gott. Okay. Wow, wow, also ich geb nur vier Punkte. Ich geb, äh, das fand ich nicht toll. Ähm, es gibt neun, es war ein Mann, also er war so halb und so, das fand ich nicht so schön, dann neun, aber sein Make-up, so ist gut. Also ich hab wirklich nicht gesehen, wie Männer so gut Make-up machen können. Ja, ich weiß auch, aber das fand ich irgendwie nicht toll, weil fast so welchen Tanz, wo dieser Licht ist, das fand ich auch nicht toll. Das war echt nicht toll, also nein. Ja. Auf jeden Fall nicht, ganz gar nicht toll. Und ich glaube, als nächstes schauen wir Blackpink an. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Liked dieses Video und abonniert noch. Und ja, viel Spaß. Bye. 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 Bye.